Leute, wir haben wirklich die komplette Hunter Cleave. Schade, dass ich kein Ork Hunter bin. Sonst wäre lustig. Cool, die ganzen Pets, die da rein rennen. Sehr schön. Okay, der Parler macht aber dicke Pulse. Ich habe leider keine Aui. Doch, ich habe meine Falle. Warte mal, ich kann auch meine Falle reinballern. Ich kann mich nicht entscheiden, Schamanen oder Druide. Ah, die Entscheidung kann ich hier leider nicht abnehmen. Weil ich beide sehr solide gebrauchte Klassen. Bei zwei Klassen einfach immer eine Münze werfen. Hm, Wille ist da drauf. Tiger Auge. Auf 20 kriegen wir nochmal einen dicken Damage Boost, by the way. Da haben wir nochmal 15 Agi mehr. Also 17 aktuell. Da soll ich ziemlich stark werden. Wir kriegen jetzt ja schon so gut rein, ne? Leute, glaubt ihr, ich kann den Boss Head pullen und den zurückziehen und den Dungeon damit clearen? Sollen wir das mal versuchen? Ich meine, da macht ihr so dicke Pulse, ne? Ich bräuchte halt einen Mana dafür. Obwohl, na, wird klappen. Ich habe kurz überlegt, aber... Weil wir würden halt auch das ganze Pack mitnehmen, ne? Eine Theorie. Was denn für ein Gürl hier? Zum Glück, Küscht im Kataklysum hat da einen Fokus auf Hunter, ne? Da war ja was. Habe ich noch nie gespielt. Mit Fokus. Aber das war, glaub ich, der schnellste RFC Speedrun, den ich je hatte. Wir sind hier drinnen nicht mal drei Minuten, glaub ich. Doch, vier Minuten sind wir drin. Vier Minuten Speedrun. Nehmen wir mit. Okay, geh's.